Hi Manuel, grüß dich. Kannst du dir vorstellen, warum ich dich jetzt auch mit in Szene setze? Vielen Dank an den Sportler, der mir genau für diesen Dreh Bärenmarke zum Kaffee und natürlich auch für die gute Kinderstube. Bild dir deine Meinung live aus der angeblich bewerbenden Kulturhauptstadt. Alarmstufe Rot. Und woher? Aus Nürnberg. Glauben Sie das nicht, dass das Nürnberg ist? Doch, schauen Sie mal, bilden Sie sich Ihre Meinung. Das ist ein Kracher, der 20 noch stattfindet im September. Ich werde erpresst. Das hier, liebe Vorstände, ist laut einem Drucker aus welchem Hause? Aus Burledruckmüll. Ich kann Ihnen das beweisen. Das ist eine Badewanne, die ist für einen Dreh, für einen Superdreh, extra für mich besorgt worden. Und diese einzelnen Produkte, die alle top sind, ja, alle sind sie top. Die könnten auch mal die Foundation von Kids Foundation von Manuel Neuer unterstützen. Es ist unglaublich. Ich möchte noch mal betonen, es ist ein Aufruf. Es geht nicht um eine Produktagittierung. Schauen Sie, Bärenmarke, Bärenmarke zum Kaffee, aber auch für Kinder. Ja, schauen Sie mal, es schmeckt wunderbar. Aber der Kracher ist, Hallo Deutschland, hören Sie mal hin. Laden Sie mich mal zum Frühstückshahnsehen ein. Sorry, fortgeschrittene Zeit, bitte um Nachsicht. Und dann werde ich ein bisschen berichten von dieser Hausverwaltung. Eine Frau Doktor war entnervt, teurer verletzt, seelisch verletzt. Und nicht nur Sie. Und ich habe O-Töne. Da biegen sich sämtliche Holz- und Stahl- und Platinbalken. Ich lasse das nicht stehen, die Erpressung. Denn ich muss einen Raum, der für Kinder Sachen genutzt werden dürfte, den muss ich aus fadenscheinigen Gründen räumen. Obwohl ich eine schwere, Schienbein, nachweisbare, attestierte Verletzung habe. Aber auch die Notfälle von heute, drei, vier und fünf, an einem Tag. Jetzt sind es zwölf oder dreizehn, die ich natürlich nur am Telefon begleiten kann, um Staatsrichter einzuschalten. Um human für die Zukunft etwas zu unternehmen. Ich fahre ins Hotel, um einen Aufsager zu machen. Vielen Dank nochmal für diese Tasche. Das, was Manuel Neuer macht, ist mega gut. Kinderschokolade. Also, wie gesagt, mir fehlen die Buchstaben. Sie verstehen, das ist mit einem Brot krank. Und ich weiß nicht, was der Hausverwalter vermarktet und was er verwaltet. Wenn es keinen, wie heißt das nochmal, Mieter gibt. Genau, wenn es keinen Eigentümer gibt. Und wenn es nur Mobbing gibt, dann wird die Gesellschaft vernichtet. Sie wissen, ja, ich weiß, aber Sie auch? Hallo Deutschland, wachen Sie auf, zeigen Sie Gesicht. Wir haben Besonderes vor, nicht nur in Nürnberg, aufgrund dieser Mobbing-Aktivitäten. Und wenn Sie die Aura sehen des Verwalters, dann wissen Sie, was es geschlagen hat. Und leider kann ich Audien sehr gut lesen, weil ich Stars aus aller Welt über 1600 natürlich auch vorstelle. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie gesagt. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie gesagt.